Hallo, liebe Deutschlerner, da bin ich wieder. Ich war leider, leider die letzten Wochen krank oder besonders in der letzten Woche und jetzt bin ich wieder da. Ich mache vielleicht mal ab und zu weitere Videos und dann geht es weiter mit Authentic German Learning. Ich bin jetzt fast soweit mit der neuen Webseite. Wenn du dies siehst, kann es sein, dass die neue Webseite sogar schon fertig ist. Wie es immer so ist, ja, zum einen war ich krank und zum anderen dauern Dinge immer länger, als man erwartet. Ich hatte eigentlich schon vorgehabt, letzte Woche oder die Woche sogar davor, die neue Webseite zu veröffentlichen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Aber jetzt bin ich wieder gesund und jetzt werde ich mich wieder ins Zeug legen für euch und neue Dinge produzieren, die Webseite verbessern und ja, ich bin gespannt, was du so denkst. Okay, bis dann. Tschüss!